Und zwar, Freunde, wurde mir zugetragen, dass wir unter anderem auch in diesem neuen Video drin sind. Das heißt, das kriegt automatisch schon mal ein Like, weil wenn ich drin bin, kann es ja nur gut sein. Ey, bei dem läuft jetzt aber auch richtig gut, ne, bei Hungriger Hugo, Alter. Geile Videos, geile Aufrufe. Marschallah. Auf gar keinen Fall Mitglied werden, nur Abzocken, Digga. Magst du Pizza-Ananas? Nee. Aber warte, ich glaube, schon. Das ist so komisch manchmal, ich verstehe das nicht. Ich glaube schon. Bruder, magst du das jetzt, oder magst du das nicht? Ich schwöre, das gibt es aber auch wirklich nur bei uns, ne? Jeder andere wäre einfach ein Tickenhaus rumgelaufen. Nee, nee, ich muss da durch. Das habe ich jetzt schon öfters gesehen, dass irgendjemand bei einer Schlägerei einfach dem anderen einen Arschbauer gegeben hat. Digga. Ah ja. Der, warum? Das ist der. Wir lassen es einfach unkommentiert. Don Juan, der ist jetzt nicht so zugänglich, aber der ist... Der gleich der allererste, der hat so eine rote Binde, der heißt Don Juan, und der ist nicht so zugänglich. Der hat schon zwei Kinder auf dem Gewissen. Warum denn Don Juan, alter? Schaffst du's? Ja. Bist du sicher? Ja, natürlich. Betrau mir. Ich glaube, ich kenne das schon. Was? Betrau nicht mal an Blondine. Das sind die wir uns. Einfach mit dem Schuh, Digga. Weißt du, wie weh das tut, Junge? Die helltesten Berufe der Welt. Oh, bitte, Marc. Du stimmst das, Digga, einmal gut. Schade. Geil, Digga. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Wie schreibt man Känguru? Digga, was ist mit ihm? K, K, E, A, E, K, E, Eng, A, Boy, Yoga. Digga, was? K, A, Eng, äh, K, A, A, Eng, Digga. Ich hab meinen Kopf gefickt. Ein echter Männerarmt. Würde dich doch jetzt rein theoretisch sterben, wenn ich hier dann auch forzen würde? Beim Essen? Das ist ein Ohr, das ist ein Ohr, das ist ein Ohr, das ist ein Ohr. So, jetzt hab ich mir meinen Fußball geschlagen. Nein, 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 das ist gut, alles gut. Aber nochmal, breit. Brasilien. Ich muss wirklich sagen, also Schnee ist jedes Jahr einfach, einfach wieder echt, also ich genieße jedes Jahr wieder den Schnee, muss ich wirklich sagen. Also wirklich, Schnee finde ich immer cool. Digga, manche lassen wir mal zu dem Mann sagen, ne. Mann, Digga. Ich bin schon dicker als er und das ist ein bisschen... Was wiegst du, Bruder? 1,53. Was wiegst du 1,53, Stammann? 3,50. Ganz normal. War out. Keine Woche. Das ist YouTuber mit Flaggen. Nein, Digga, ich hab mich versprochen. Ob Bruder Schweiz oder Österreich sind, das sollte man schon wissen. Finnland ist das, ne? Äh? Finnland ist das. Oh, echt? Digga, Finnland, guck mal. Finnland, guck mal, Chat. Das Ding ist... Ups, doppel L, perfekt Medi. Guck mal, Finnland, Dänemark und Norwegen. Guck mal, das sind für mich alles, ich weiß nicht warum, das ist immer für mich, guck mal. Das und das ist das gleiche, das ist das gleiche wie das hier ist blau, rot, weil der Ding, also weißt du, was ich meine, kommen wir durcheinander. Finnland, Dänemark, Norwegen, alles gleich in einem, das ist weird, was soll ich euch sagen. So, ist für mich gleich. Ist das euer Ernst oder was? Oh, 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 oh. OHH! HUUAHHHHH! FACK! Oh, 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 oh! Thank you. auf dem ersten blick sah es wie deutschland aus der der alle mal auslachen in seine videos packt so so sascha sagten wir mal die zu belgien deutschland perfekt großer butter des jahres ich kann es nicht fassen ich kann es nicht fassen bürgermeister du sohn suchst du streit tempo 30 geld für alle benjamin jetzt hör mal zu kollege okay ich nehme zurück ich habe es nicht so was ich habe alter was ja 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 stark hallo er telefoniert, geht einfach rein fault eine und gibt erst so sein Handy wieder ab legende ich würde mir für drei millionen euro ich würde mich zehn mal anschließen lassen wenn ich mich nicht wenn ich dann nicht sterbe wisst ihr was ich dafür machen würde ich würde mir einen ganzen tag lang ins gesicht treten lassen mit anlauf ein eier für drei millionen braucht man zwei eier 1,5 millionen pro ei verstehe das gar nicht habt ihr gemeinsam finanzen oder ne 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 da kannst du mir noch nicht fassen also ich könnte mir holen wenn ich wollen würde ich habe max noch nie so lachen gehört ich habe max noch nie so lachen gehört wie ekelhaft ist das so rüberkommen wenn man überlegt dass einfach viel mehr geltet als seine freundin so eine auf egal was für gemeinsame finanzen also wer schuhe länger als ein jahr trägt das ist für mich auch ein zeichen eines geringverdieners das ist für mich so einer der unlustigsten sowieso auch wenn es witze sind ist für mich der unlustigste mensch auf youtube jump vs. mexiko zusammengefasst jetzt wird's nice ach schade aber ständig aber ich muss da wie schnell sie hochglättern einfach runterrutschen digga der alte monte wer da härter also am start ich hatte einmal ein gespräch mit meiner community im stream und da haben doch einige reingeschrieben dass sie zum teil angst haben sachen reinzuschreiben weil sie angst haben dass sie so schnell gebannt werden man muss schon hart durchgreifen aber äh ich bin einfach gar nicht er lädt seine points auf und denkt ja ja erzähl mal hier steht das essen bereit moment hier sind im prinzip die fertigen utensilien das sieht sehr sehr gut aus ja ja da drüben was war denn das gerade da liegt was auf dem boden tatsächlich noch eine zucchini free fuzzle welcher fuzzle bei mir oh du hast tatsächlich einen fuzzle warte ich mach ihn weg das kann ich beim fuzzle ok sorry bin ich der einzige der es überhaupt nicht mehr witzig findet ich finde es nur langweilig und unlustig digga du fühlst null es ist wack es ist langweilig digga es ist einfach nicht mehr cool ich fand nico immer so lustig und cool aber irgendwie mittlerweile finde ich es nur wack und irgendwie so ich hole mir irgendwelche mädels ins stream digga mach das dann irgendwas red 500 stunden dann über 6 und dann also ich finde es weiß nicht also weiß nicht ist jetzt nicht so meins irgendwie ich fand es mal irgendwie witziger weil er hat gerade einen neuen transfer bestätigt wenn sie mir macht hörst du! Ich liebe das, wenn so Clips so schlecht bearbeitet sind. Dass es wieder so gut und lustig ist, ich liebe das Digga, es ist einfach so stark, es ist so stark Digga, GG, geil, 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 geil.